Ein Hallo von mir und natürlich ein herzlich Willkommen von euren Charles. Ich mache die Folge und habe eigentlich keinen blassen Schimmer, um was es geht. Die Auflösung gibt es wahrscheinlich erst jetzt irgendwann in ein, zwei Minuten. Fakt ist es, ich musste jetzt auf jeden Fall meine Software starten zum Waffe nehmen. Ich habe auch einige Leute in meinem Discord, ich begrüße euch einmal, hallo. 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 Alle da? Ja, weil sie haben irgendwas geplant. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich hatte, ich und die Jota hatten ein Verbot, ins FG-Haus zu gehen. Und ja, eigentlich, ich habe keinen blassen Schimmer, ja. Okay, so, wer guidet mich jetzt von euch? Wer macht das? Wer ist der Zustand? Ihr vier macht das zusammen. Ich gehe rein und hier kommt ein Klick dann auch hinterher. Okay, okay. Na, dann werden wir das einmal machen. Dann gucke ich mal. Darf ich schon klicken, ja? Ja, Jota auch, ja. Darf ich schon rein? Ja, ja, jetzt dürfen wir schon rein. So, entweder trifft mir jetzt der Schlag oder ich weiß jetzt echt nicht, was mir wartet jetzt gerade. Aha, hier ist umgebahrt. Aha. Hier wurde umgebahrt. Was ist hier los? Da sitzt du ja. Was ist denn da los? Ich habe das Haus umgebaut. Nicht nur etwas. Ja. Wieso? Minimal. Okay. Was ist da los? Wo geht es hier rein? Ich kämpfe überhaupt nicht mehr aus. Wo muss ich denn hin? Da ist ja auch noch was. Gott, wie geil ist das? Sehr gut. Genau. Das ist sehr schick. Wow. Wissen Sie, wissen Sie, dass mir die Plätze ausgegangen hat? Hat mir überhaupt so viele Plätze frei? Ja. Wir haben jetzt Werkelzahlen vorher. Wo ist denn jetzt? Die Grämerklinge steht jetzt da. Und da steht auch was. Ein Scheinwerfer. Das ist hier links. Das ist hier. Hier ist das Zimmer, wo denn das Aquarium reingehaut. Ah, mein Aquariumzimmer. Also unser. Ah, das ist schick. Das ist schick. Extra Platz gelassen. Cool. Coole Sache. Da drüben, da war ich auch noch nicht. Wenn du eine Küche schon gehst, kannst du mich abwaschen. Das ist die Küche? Ne, ich weiß nicht. Ich gehe wieder. Unglaublich. Was ist denn da oben? Wow. Was ist denn da oben? Ah ja, hier steht jetzt das Orchestrion. Ja, schön zentral. Sehr gut. Dann hört man es unten aber auch noch. Ja, ja. Das hört man jetzt überall. Das haben Sie ja wieder gepatcht. Dann gehen wir links rum. Sehr schön. Weißt du schon im Wohnzimmer? Moment, wenn das hier steht. Nein, ich weiß noch nicht, wenn das hier steht. Was steht denn dann im Keller? Da kommt das Aquarium noch in Ejota. Auch noch. Zwei Aquarium. Oder unten. Achso, im Wohnzimmer. Ne, unten. Unten das Zimmer. Das ist sehr groß. Aha, uh, weißes Klavier. Was für ein Chai ist. Muss ich gleich mal spielen da. Sehr schick. Ach, jetzt gehe ich in den Keller runter. Sehr gut. Aber da geht es ja nochmal ums Eck. Ah ja, hier ist das Klo. Oder? Ja. Oha. Sorry, Lala. Sorry. Oha. Es tut mir jetzt leid. Warst du schon im Keller? Sehr schick. Nein, noch nicht. Ich gehe zu meinem Keller. Der ist ja cool. Unglaublich. Haha. Sehr schick. Wo ist denn der Abgang zum Keller jetzt? Hier? Ja, wo er immer ist. So, was ist denn hier? Oh, das ist ja cool mit dem Orchestrion da. Na, servus. Wer liegt denn da drin? Möchte ich das wissen? Ja, zum Glück keiner von uns. Coole Sache. Cool. Haben wir ja einigen Platzen im Keller, ne? Cool, aber die Plätze sind wir am Ende, ja, oder? Ziemlich. Ziemlich, ne? Ziemlich, ne? Haha. Das war sechs Plätze, glaube ich, noch. Wir brauchen echt mehr Plätze, das hilft nichts. Die Plätze haben wir noch. Sehr schick. Danke, danke, vielen Dank. Also, jetzt hat es echt der Hammer. Gefällt mir. Gefällt mir. Sehr schick. Oh, wow. Da grinsen sie alle, ne? Jo, so kann man, so kann man Charles auch Freude machen, ne? Jo. Aber sowas von... Sehr schick. Erklärung, es fing damit an mit, wir können ja mal überlegen. Ja, sehr schick. Ja, und wir hatten die Befürchtung, dass du sagst, es soll wieder so sein, wie es früher war. Ja. Nein, nein, nein. Warum? Nein, nein, nein. Würde ich nicht machen. Nein, sehr schick. Sehr hübsch. Das muss man nur erst zurecht finden. Ihr seid echt der Hammer, ne? Cool. Das ist Charles' Zimmer hier, ja, ist ganz klar. Ja, das ist ja, ne? Ja, das ist ja wirklich so. Ja, das ist ja wirklich so. Voll gerne. Klar, ne? Es fingen wirklich so nach dem Motto an, wir geplanten so, haben einfach mal durchgezählt, was auf welcher Etage so verbaut war an Mengen. Und dann kam irgendwann so Laila und die anderen nach oben. Und dann, Laila, was sagst du denn dazu? Und wups, waren wir mittendrin. Ja, genau. Das war gestern am Abend. Nur, weil es jetzt die Crema klingelt, die hier, ne? Das ist die jetzt hier, ne? Ja, die sind hier vorne. Okay. Sehr schick. Und das ist jetzt hier. Wann haben wir ihn angefangen? Neune oder Zehnerung, oder? Ja. Super. Zehnerung, was sagst du hier? Ja, Zehnerwarte. Cool. Wann war's ja fertig? Kurz vor Einzel. Sehr nett. Wahnsinn. Also, ich würde euch jetzt gern wirklich in echt, in echt alle gern drücken. So. Bissen wir's so machen. Okay. Wir und der Jota wieder freundlich machen. Aber ich kann leider nur so. So. Dann machen wir gleich mal noch einen Meteoriten da rein. Was so schick ist. Ja, cool. Dann bedanke ich mich. Sehr. Danke, danke, danke. Wo ist das Geschick? Da ist das Geschick. Cool. Dann stelle ich mich einfach einmal da dazu. Wow. Ihr seid echt dabei. Gleich weiter. Ich blende das noch aus. Cool. Und somit. Tschüss von mir. Von Charles und natürlich von meiner FG. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.